Habt ihr schon mal von der Stadt Paktlos gehört? In dieser Stadt ist Tanzen strengstens verboten! Doch was passiert, wenn man alle 100 Einwohner auf ein Grundstück sperrt? Und die Musik einschaltet! Das Test-Train 3, 2, 1, let's go! Überall im ganzen Raum sind Lautsprecher verteilt! Und die Ersten selbst bewegen sich! Sich einfach nur bewegen ist natürlich nicht illegal! Aber wer anfängt zu tanzen, bekommt die Höchststrafe! Also vergesst eure TikTok-Tänze, eure Paartänze! Oh nein, meinst du bist tatsächlich die Erste, die tanzt? Und die nächste Person ist infiziert! Es werden immer mehr Leute! Aber ganz ehrlich, der Beat knallt extrem! Was? Strafttanzen! Im Gegensatz zu den Stadtbewohnern! Aber egal ob Vampir, Weihnachtsmann oder Kind! Alle sind infiziert! Und das bedeutet jetzt aber...